So, da es letztes Mal am Schluss so verleckt war, mache ich jetzt erst das Schloss. Also, Forest Fortress, go! Ja, diese Künstler kennen wir schon in- und auswendig. So, wop! So, das kommt eh erst da hinten, okay. Ein bisschen warten, sonst erwischt mich das Sägeblatt. Und nicht Zahnrad, so wie es von mir oft fälschlicherweise bezeichnet wird. Ich sage ja auch immer irgendwie, statt Trampolin Feder im Sinne von Sprungfeder. Das fällt mir aber immer erst... Nein, nicht schon wieder ein Leck! Das fällt mir aber irgendwie immer erst auf, nachdem ich es schon gedreht habe. Nicht während des Spiels, sondern erst, wenn ich es im Nachhinein wieder ansehe. Dass ich immer Feder sage, obwohl Feder... Da könnte man das gerade in diesem Spiel missverstehen. Nein, warum bin ich gehüpft? Nein! Ich hätte so schön rauflaufen können. Muss ich den ganzen Blödsinn nochmal machen? Ich hasse es, wenn man nicht einfach durchlaufen kann. Oh mein Gott, ist das spannend! Mein Gott, gibt es eigentlich was spannenderes als Klötze? Hä, hinunterfallen und versuchen sie zu zackfetscheln? Wenn du noch kleiner bist als du eh schon bist, Mini Mario! So, Tür! Und jetzt kann man da wieder... Ich brauche einen Power-Up, verdammt! So! Pilz, endlich! So! So, da muss ich drüber! Irgendwo ein durch! Oder drüber! Oder... Jetzt kommt wieder Ninja-Action! Oder Ninja, keine Ahnung. RTL2 sagt Ninja! Ich hätte einen Drehsprung machen sollen. Ich sollte sowieso öfter Drehsprung machen. So. Nein, ich habe schon wieder den Salm-Fehler gemacht wie im letzten Part. Jetzt kann ich schon wieder alles von vorne machen. Mann! Stehenbleiben! Unglaublich gruselig! Ja, hast du toll gemacht als Pflok. Ich will ein Kind von dir. Als Pflok. Warum ist der Padding-Credits nicht angegeben? Ich glaube, Goomba ist aber auch nicht wirklich angegeben, oder? Enttäuscht mich das. Vielleicht habe ich sie einfach immer sehen. Uh! So. Wann sie angegeben oder nicht, ich muss mir das Video nochmal anders sagen. Er kommt vor der Arm, ein paar Gegner gefehlt. Sehr gern. Wir laufen weiter. Und das Zahnrad. Und Lava-Man. So. Und jetzt kommt der blöde Part. Nein! Warum muss das schneller sein als ich? Ich glaube, ich mache jetzt nachher einen Safe-State da. Weil ich will das mit dem Pflok nicht mehr machen. Ich meine, das schaffe ich doch eh schon. Das braucht ihr nicht nochmal sehen, oder? Wie ich diesen Blödsinn mache. Oh, seht mal, wie cool ich bin. Ich hüpfe, geduckt. Und sehe aus wie ein Frosch-Quark. Und durch diese Blödheit ist wieder ein Extremlöch. Ich weiß nicht, meine Maschine wieder. Das hat irgendwie heute einen schlechten Tag. Tut mir leid. Geduckt, hüpfen. Wupp. Quark, Quark, Quark. Quark, Quark. Quark, Quark. Oh, shit. Okay, ich schaff's doch noch nicht. Seid ihr jetzt zufrieden, mich wieder einfach nur am Boden zerstört zu sehen? Ich will die Sternwelt in der Welt auch noch machen. Verdammt. Uuuh, man bist du stark. Uuuh, Herdbeben. Das kann ich mit dem Creme auch machen. Weißt du, was ich doof finde? Holzflöcke. Holzflöcke will ich. Oh, das macht dich wohl wütend. Wie gefällt dir das, wenn ich sage, du bist nur ein wertloser Stück Holz. Jetzt versuch, mich kleiner zu machen, als ich eh schon bin. Hm? Verletzt das deine Gefühle? Ja, hörst du das, ne? Umgekrankt bin ich eigentlich. Ich rede mit deinem Halsflöck. Mit deinem virtuellen noch dazu. So, jetzt mache ich den Safestate da. So, jetzt reicht's mir. Oh, ja, klar. Dafür habe ich den Safestate ja dringend gebraucht. Für was, was ich sowieso schaffe. Oh, jetzt wird's ein bisschen brenzlig. Wow, hey. Pilzi. So, und jetzt schaffe ich's drüber. Komm, komm, komm. So. Wop. 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 Gut, und jetzt kommt wieder dieser Teil. Wow. Shit. So. Ich wollte gerade einen Drehsprung machen. Und jetzt kommt da eine Feder. Ich will die Feder. Yes. So. Nein, da unten ist der Boss. Und was ist denn da dahinter? Sehen wir mal, ob ich drüber fliegen kann. Wartet, ich mache eine Safestate und schau mal, ob sich was dahinter befindet. Nein, wartet. Jetzt bin ich an Lauf. Hey, cool. Geil. Ich wusste es doch. Ich frage mich nur, cool, viele extra Leben, ne? Ich frage mich nur, ob da hinten jetzt ein anderer Impost gewesen wäre oder nicht. Ja. Ich mache es schon. Aber die Leben lasse ich mir nicht entgehen. Cool, so. Wer ist das, Reznor? Immer Reznor. Also diese Reznor ist von heute. Uh. Das hat mir aber weh getan. Wetten, ich sterbe noch. Wetten, ich sterbe noch. Ja, das sieht ziemlich so aus. Aber wetten, ich sterbe noch. Wetten, ich schaffe das noch. Ich bin nämlich so ein Noob, das schaffe es sogar ich. So. Reznor ist tot. Jawohl. Und ich stehe genau auf dem R von Klee. Fluch geklärt. So. Gut. Ja, Schloss kaputt. Und wir kommen in Star Road. So, ich habe noch eine Minute Zeit. Vielleicht ist es wieder so eine kurze Star World. Und dann haben wir ja schon alle Sternwelten geschafft. Star World 4. Noob, Ballroom, Sterne. Roter Yoshi, der kann wohl Feuer spucken mit irgendeinem Cooper. So. Friss. Friss, du Schwein. Friss weiter, du Schwein. Komm, friss, du Schwein. Friss. Danke. So. So. So, Pilz. So. Und. Komm schon, ich will das Ziel haben. Komm schon, Zeit ist gleich aus. Also meine, nicht die vom Level, aber. Scheiße, mein Timer meldet sich. Wo ist das Ende dieses Levels? Verdammt. Nein. Nein. Ich will nichts schneiden. Okay, ich werde was schneiden, aber. Ist egal. Sonst schneide ich halt ein paar Anläufe vom Schloss weg. Ja, da ist das Ziel. Ich glaube, das müsste sich eigentlich ausgehen. Aber ich habe einen roten Yoshi und das reicht mir. Beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss. So. Tschüss.